Ja, huhuhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Baldur's Gate 3. Ich habe ja gesagt, wir gehen aus dem Grove raus. Ich habe euch jetzt mal erspart den Weg bis hierhin. Aber hier finden wir jetzt ein paar Leute, die wir schon kennen. Die Söldner, die sich vor den Toren vom Droidenhain dann davon gemacht haben, nachdem wir ihren Anführer gehauen haben. Gucken, ob man es noch leiden kann. Was ist denn ein Auftrag? Angenommen, ich will das Gold haben. Wo muss ich denn da hin? Hm? Es ist der Night Song. Es ist supposed to be hidden under the temple, where the Goblins jumped us. I'd give you a map of the temple, and wish you a happy funeral. But my mate Brian kept all of it like his own socher. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got is the contract. Can show you where we turn back. If you feel like dying. They don't even know what to do. I had a contract to find that Night Song Relic. He was more eager than a hound in heat. When the Goblins jumped us, most of my crew scarpered. Just like I taught them to. The old Kodger didn't. Yeah, and I'll do the same again. It weren't my responsibility. If you want to play the hero, go ask the Goblins nicely. And maybe they'll give you whatever's left of him. Come on. Hmm. Da sind sie weg. Dunkelsicht. Goblin Gemälde. Drei Strich Figuren. Ein Goblin mit Funken in den Heiken. Eine eckige humanoide Figur. Eine Figur, die wie ein Elf aussieht. Alle drei tragen eine einfache Krone. Okay. Was sagt uns das jetzt, Journal? Äh. Äh. Die Anführer. Mehr als einen Anführer. Okay. Ja doch, das könnte man rein theoretisch da rausschließen. Da ist ein totes Schwein. Äh. 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 Das. The boy seems to be fresh. Only a few hours dead. Examine the corpse you see two small puncture wounds in its neck. And. Is it dead enough for you? As you see. Haba. I hit. I. It's being drained of blood with wounds in its neck. It's being killed by a vampire. I didn't want to say anything because I didn't want to worry you. they are ferocious creatures but don't worry i'll keep watch tonight we won't have to worry about nocturnal visitors now please let's go also good you destroyed the village hmm over there surround them like it's like they say no one in skewed a pig what doesn't know he's cooked we got you surrounded here's how this goes you take one step further and we will fill your frog with arrows Ich finde das brüllen hat bis jetzt immer funktioniert 15 okay das ist kacke wir brauchen göttliche führung diesmal hat das brüllen nichts da ist viel los hier da ist einer da oben sind zwei wo sind noch zwei hier oben noch zwei ja die frage ist jetzt kommen die runter wenn ich hier hinter die mauer gehe aber ich mache jetzt erstmal hier sehen damit wir ein bisschen boni kriegen fürs kämpfen da sind ja alle außer gail vorher dran das ist natürlich ein bisschen scheiße weil gail dann hier irgendwie alleine steht und wahrscheinlich dann vielleicht ist dann die flucht nach vorne die bessere variante ab nach vorne ein bisschen ziele bieten gail ist scheiße geschützt die anderen so wir gehen mit dem bar die seite hier ist die anführerin mal spurten zack so ja ich glaube wir können wir nichts weiter machen jetzt wir können noch ein öl da schaden verauftragen wir können trank der geschwindigkeit nehmen das machen wir mal beschleunigt so dann können wir nämlich noch weiter nach vorne so hier hin einen rücksichtslosen angriff starten und uns so immer ein bisschen vorstehen so dann haben wir astarion was machen wir mit ihm ich glaube er versucht mal die hier abzuschießen und noch mal ein extra sport einlegen und noch mal extra sport einlegen aber mind auch ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Have to keep going Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 With finesse Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Night to King 5 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 I won't give in These boots have seen everything I won't give in So, das Telefon ist bestimmt drin geklingelt hier, aber das ist ja das Gute an dem Spiel, man kann ja hier... Verpasst ja nix, ne? So, Astarian kann wieder nix hier... Dann wird er nämlich direkt aufs Korn genommen, aber er ist auch echt angeschlagen... Zack... So, dir geht's jetzt eigentlich ja wieder ganz gut... Ab in Fett... So, Flug! Kommst du nach hier oben? Noch nicht... Zip! So, zu verändern... Dann raus aus dem ganzen Fettgeschmiere hier... Und... Nummer 4... Schießen... Damit haben wir den nämlich schon mal erledigt... Bisschen Wunden heilen... So, du bist hier dran... Hallo! Und dann einmal nicht... Nein, 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 nein... Nicht im Fernkampf, sondern im Nahkampfangriff... Und nochmal ein Nahkampfangriff... Nochmal mit einem... Yeah! Eine Eins gehöpelt... Ähm... Ups, das war jetzt nicht so... ...meine Absicht... Ähm... Komm ich nach oben dran... Wo ist der? Ne, komm ich nicht... Also... Sp... Spurten wir... Oooo... 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 Onward! Where do I go from here? Jump... Rawr! Und das war's. Puh. Will ich mal sagen. Ich hab sie erstmal gelootet. Ich seh nur noch zwei Züge da. So, hier oben. Und da ist noch ein Problem. Was wollen wir hier zuerst machen? Zeit, um zu sehen, was neue Horror ist für uns. Was ist nächstes, ich wundere. Hm. Well, hello. So. Jetzt drohen wir hier natürlich noch mehr Goblins durch die Gegend. Hm. Hm. Hier zum Beispiel ist einer. Hey, Gail. Warum ist Gail im Lager? Gail. Warum Lager? Okay, da sind zwei. Okay. You sniffing where you ain't ought to be, friend. Might have to take their nose. Hm. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Um. Tap the image. No. Oh, well. Maybe you should have, yeah. Oh, well. Maybe you should have, yeah. Und direkt geht's jetzt weiter. Und, uh. Ready. Ready. Hmm. Moving. Neun. Creator. Destroyer. Step by step. Eins. Yeah. Stein nach mir geschmissen. Okay. Kann man machen. Muss man doch mal nicht. Wo ist denn der andere Typ? Hier. In dem Haufen muss was sein. Oh, fuck. Da hin. Der müsste den noch eigentlich sehen. So. So viel zu dem. Leave no trace. Hm. Was sind noch welche? kommt hier. Komm auf. Du bist mir luxus. Ähm. Einmal. Ich hab den High Ground. Hier. Ich hab den High Ground. Hier. Wie? Was. Das könnte es doch nicht machen. Ja. So, ganz schön eklig. Fehlschlag. Ähm, feiern wir mal. Na. So. Fehlschlag. Yeah. Ähm. Ähm. Das war's für dich. Hallo? Hm, göttliche Führung verloren. Da hat sie sich immer revanchiert hier. So. Gut. Aber wer bleibt ja gar nicht mit hier. Zerbrochene Lauten und so. Hier mal in das Haus rein. Hier sind... Buch. Haushaltsgebiet. So, was denn hier mit euch hier oben? Komm doch mal runter. Ach, das Ding ist ab... Ah, das Ding ist abgebrochen. Okay. Jetzt noch einen anderen Weg nach unten. Ah, anscheinlich... Jump. Ich meinte eigentlich dich, Astarion. Du wolltest da runterjumpen. Oh, I have a magic touch. Na? So, jetzt sind wir wieder alle auf einmal in einer Wellenlänge hier. So, jetzt können wir hier mal alles durchsuchen. Don't waste the step. Hier gab es auf jeden Fall ziemlich viel Zeug. Oh, vor allem. Trank des Schlafs, Heiltrank. Gegengift. Na, solid. So, was haben wir jetzt hier für ein Buch? Aufbaupflege... Ah, okay. Forschungsmitgliedsen. Ah, da ist dann auch schon wieder ein Problem. Hm. 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 Baba. Der Eelphant. Wieder nicht geklappt. Irgendwie hat keiner alles von mir. Mehr. Früher war... War schon mal anders. Hahahaha. Let's get to it and see what shapes loose. Pretty. Hm. Einer, ne? Ja. Weißt du? Ich hab irgendwie nicht so Angst vor dir, Junge. So. Vorräte. Jetzt hat er mich hier gestört. In meiner... So. Hier ist eine Holzluke. Ja, ich sehe einen Heiltrank. Und noch einen Heiltrank. Hm. Aber es ist irgendwie ist es auch richtig, dass er halt keine lange Rast hatte, weil wir haben ihn ja erst nach der langen Rast, glaube ich, wiederbelebt. Knoblauch. Sumpfgras. Ruhe. sehr gut. Tagebuch des Heilers. Sehr gut. Da oben ist noch ein Heiltrank. Sehr gut. Können wir sehr gut gebrauchen. Da ist ein Hebel. Und was sich hinter dieser Tür befindet, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.